Und das sind meine Top 5 der Hausmannskost-Rezepte. Auf Platz 5 landen die wunderbar selbstgemachten Buletten oder Frikadellen. Die einzelnen Rezeptvideos habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Und Platz Nummer 4 geht an. Ja, da sind unsere wunderbaren Rinderrouladen gelandet auf Platz 4. Wie sieht eure Reihenfolge aus? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Auf dem dritten Platz ist gelandet der Kartoffelsalat, in diesem Fall lauwarmer Kartoffelsalat. Kommen wir zu Platz 2 meiner Top 5 der Hausmannskost. Und zwar ist das Omas Hühnersuppe. Und nun kommen wir zum Platz 1 meiner Top 5 der Hausmannskost. Und das ist das leckere Rindergulasch nach Mamas Rezept. Tja, und wenn es auch leider dieses Gericht hier Himmel und Erd nicht in die Top 5 geschafft hat, ist es dennoch mal wert, hier auch einen kleinen Blick zu riskieren. Das Gericht setzt sich aus mehreren Einzelkomponenten zusammen und schmeckt auch super gut. Und es würde ich auch jederzeit wieder kochen, wenn es um das Thema Hausmannskost geht. Also schaut es euch auch gleich mal an.